Corona nervt, Corona stresst, sagt Markus Söder. Trotzdem appelliert der bayerische Ministerpräsident in seiner Osteransprache, sorgsam miteinander umzugehen und vorsichtig zu bleiben. Denn die dritte Welle sei kein weiterer Aufguss der Pandemie. Sie ist laut Söder eine gefährlichere Welle. Und wieder ist Osterzeit. Ein ganz besonderes Fest. Normalerweise das Fest, wo man sich ganz großartig mit der Familie trifft, Freunde besucht, Reisen macht, das erste Mal im Jahr so richtig. Und natürlich für die meisten ist es auch ein ganz besonders christliches Fest. Dieses Jahr leider sehr stark von Corona geprägt. Also nicht reisen, weniger treffen und aufeinander achtsam sein und Acht geben. Warum ist das wichtig? Diese dritte Welle ist nicht nur der Aufguss von Corona, so nach dem Motto, jetzt nochmal Corona, sondern es ist eine gefährlichere Welle. Diese sogenannte britische Mutation ist aggressiver im Verlauf, trifft vor allem viele Jüngere mehr und hat größere Langzeitfolgen. Also es gibt keinen Anlass, jetzt aufzugeben und keinen Anlass, sorglos zu sein. Ich weiß, es nervt. Ich weiß, es stresst. Es sind viele Existenzen betroffen. Und man hat auch irgendwie gar keine Lust mehr auf dieses ganze Corona-Thema. Aber trotzdem, wir müssen sorgsam miteinander umgehen. Denn die Langzeitfolgen dieser neuen Corona-Variante können sehr, sehr schwer sein. Und jetzt für einige Tage, auch für einige Wochen, noch gut aufpassen. Das hilft, um lange, lange Folgen zu verhindern. Und es wird jeden Tag besser. Auch wenn Impfen in Europa zäh ist und wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Aber es wird jeden Tag besser. Weil jeden Tag allein von der Größe einer Kleinststadt in Bayern verimpft wird. Und auch das wird jeden Tag mehr. Deswegen, wir kommen da durch. Wir werden am Ende Corona überwinden. Davon bin ich fest überzeugt. Und es wird Zeiten geben, da werden wir im Rückblick sagen, das waren auch ein paar gute Momente dabei. Weil wir gemerkt haben, was es bedeuten kann, wenn man aufeinander Rücksicht nimmt. Wenn man dem anderen auch hilft. Und wenn man nicht nur an sich selber denkt. Deswegen bitte ich Sie einfach, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie aber vor allem auch sorgsam. Und achten Sie auch über Ihre Familie und den Nächsten. Für die Zeit danach werden wir uns mit anderen Fragen noch beschäftigen müssen. Dieses Osterfest ist nicht nur ein Fest, wo wir über Corona nachdenken, sondern über viele andere Fragen. Beispielsweise, was ändert sich bei unserem Klima und wo ist unser Beitrag? Da wird es eine Menge an Herausforderungen geben. Gerade auch für uns in Bayern. Auch da werden wir nachlegen und uns verbessern müssen. Wir müssen darauf achten, dass wir genügend und sauberes Wasser haben in Bayern. Wir müssen die erneuerbaren Energien voranbringen. Das werden wir in Bayern tun, mit einer Pflicht von Photovoltaik beispielsweise auf den Dächern oder in Erneuerung der Windräder, die wir haben. Und wir müssen, was die nachwachsenden Rohstoffe betrifft, statt auf Plastik oder Beton viel, viel stärker auf Holz setzen. Also ich stelle mir vor, dass wir auf Dauer ein Land sind, in dem Nachhaltigkeit und Wirtschaft sich gut verbindet. Eine Art Clean Economy. Beides zusammen ist die Zukunft. Und wenn wir dann noch aufpassen und Corona verbinden, dann glaube ich, können wir bald durchatmen, dann können wir durchschnaufen und können auch auf eine bessere Zukunft hoffen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen ein fröhliches und friedliches Ostern und bleibens bitte gesund.